Gestern Abend wurde das wissenschaftliche Expertinnen-Gremium zur Bekämpfung der Corona-Pandemie benannt mit 19 Expertinnen und Experten, die ihre Arbeit in der kommenden Woche schon an das Bundeskanzleramt angekoppelt aufnehmen werden. Wir stellen Ihnen ganz kurz die Expertinnen vor. Es handelt sich um Prof. Reinhard Berner, Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik Dresden, Frau Prof. Cornelia Beetsch, DFG Heisenberg, Professor of Health Communication Erfurt, Frau Prof. Melanie Brinkmann, Institut für Genetik an der TU Braunschweig, Frau Prof. Alena Büx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat TU München, Prof. Jörg Dötsch, Präsident Deutscher Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Köln, Prof. Christian Drosten, Institut für Virologie, Charité Berlin, Frau Prof. Christine Falk, Präsidentin Deutscher Gesellschaft für Immunologie, Medizinische Hochschule Hannover, Prof. Ralf Hertwig, Max Planck, Institut für Bildungsforschung Berlin, Prof. Lars Kadarali, Institut für Bioinformatik, Universität Greifswald, Prof. Christian Karginidis, Leiter des DIWI-Intensivregisters Köln und auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Prof. Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité Universitätsmedizin Berlin, Prof. Thomas Mertens, Vorsitzender der STIKO Berlin, Prof. Michael Mayer-Hermann, Leiter System Immunologie Braunschweig, Helmholtz ins Zentrum für Infektionsforschung, Dr. Johannes Niesen, Leiter Gesundheitsamt Köln, Frau Dr. Viola Prisemann, Leiterin Max Planck, Forschungsgruppe Theorien Neuronaler System Göttingen, Prof. Leif Eriksander, Leiter Forschungsgruppe Infektions-, Immunologie- und Impfstoffforschung Charité Berlin, Stefan Sternberg, Landrat Landkreis Ludwigsluß-Parchim, Prof. Henrik Streeck, Leiter Institut für Virologie, Universitätsklinik Bonn und last not least Prof. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts Berlin. Wir wünschen den Expertinnen und Experten für ihre verantwortungsvolle Aufgabe viel Glück und eine gute Hand und freuen uns auf wichtige Empfehlungen aus diesem Gremium.